Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn, ich bin Filmemacher und Fotograf und in diesem Video geht es um die Hautretusche bei Portraits in dem Programm Adobe Lightroom. Das Video richtet sich ausdrücklich nicht an Profis, sondern an Hobbyfotografen, die ihre Familienportraits auf schnelle und effektive Art und Weise zu Hause am Rechner bearbeiten wollen. Ich brauche mit meiner Methode, die ich euch gleich zeige, ca. 5 Minuten für ein schönes bearbeitetes Portrait. In dem Video wird es jetzt natürlich etwas länger gehen, weil ich möchte einfach die einzelnen Schritte näher erklären und erläutern, dass jeder mitkommt. So hoffe ich gerade für Anfänger hier eine Hilfestellung zu geben und soll jetzt keine professionelle Hautretusche sein, aber das ist jetzt gar nicht der Ansatz vom Video. Also, falls ihr Lightroom installiert habt und auch die neueste Version auf dem Rechner habt, schaut euch das Video an und dann geht es jetzt direkt am Rechner. Okay, jetzt mache ich als allererstes mal von meinem Foto in Lightroom eine virtuelle Kopie, damit ihr sehen könnt, wie ich da vorangehe. Gut, wir starten hier mit dem Foto. Ich gehe auf Zurücksetzen und so sieht das Foto aus. So kam es im RAW-Format aus der Kamera. Auch wichtig zu wissen ist, die besten Ergebnisse kriegt man natürlich auch nur, wenn man in RAW fotografiert und nicht in JPEGs rummalt. Gut, als allerersten Tipp, so mache ich es, wende ich hier die automatische Tonkorrektur an, weil da kommt man schon auf sehr, sehr gute Ergebnisse. Zack, dann werde ich jetzt auch im zweiten Schritt das Bild noch etwas begradigen und jetzt gehen wir mal direkt in die Hautretusche. Moment, ich sehe, ganz gerade ist es nicht. Naja, passt schon. Was gibt es hier noch zu tun? Die Profilkorrekturen kann ich anwenden. Jetzt ist das Bild in sich schon mal ein bisschen heller. Ich werde hier die Lichter auch noch ein Stückchen runterfahren und die Belichtung auch noch ein bisschen runternehmen. So mag ich das. So, jetzt aber tatsächlich in die Hautretusche. Dafür muss ich mit der Lupe rangehen. Command plus am Mac. Bam, bam. Und gehe nach näher ran. Ich sage gleich, also die Lena ist eine wunderschöne Frau. Da gibt es gar nicht so viel zu bearbeiten, aber ein bisschen was kann man trotzdem noch rausholen. Und zwar, ja, man könnte jetzt hier auch mit dem Reparaturpinsel arbeiten, um kleine Hautunreinheiten wegzumachen oder Muttermale zu beseitigen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ihr seht, das geht hier echt relativ easy. Ich klicke hier einfach nur hier diesen Reparaturpinsel an. Da steht hier bei mir Deckkraft auf 86%. Gut. Hier ist schon der erste Punkt. Hier könnte man sie auch komplett schon im Detail verlieren. Aber das soll jetzt nicht Zweck der Übung sein, sondern ich will euch nur mal diesen Reparaturpinsel zeigen. Mit Return bestätige ich das Ganze. Jetzt dreht sich das Ganze um die Hautretusche. Und dafür gibt es diesen Pinsel in Lightroom. Den findet ihr hier rechts oben. Und dann kann man sich hier verschiedene Presets raussuchen. Ich wende jetzt hier mein erstes Preset an, und zwar Hautweich zeichnen. Wenn ihr das anklickt, achtet darauf, dass ihr hier die Feinkorrektur angeklickt habt und auch den Haken gesetzt habt bei Automatisch maskieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt werde ich mal den Bereich des Pinsels vergrößern und klicke hier einmal rein. Boom. Wenn ihr die Taste O drückt, könnt ihr dann ganz genau sehen, auf welchem Bereich diese Weichzeichnung gerade angewendet wird. Da ich automatisch maskieren angeklickt habe, lässt Lightroom hier zumindest die Lippenpartie etwas aus. Und die Lippen, die Augen und die Haare, die möchte ich nicht weich zeichnen. Als nächstes solltet ihr hier mal auf Löschen klicken, weil hier könnt ihr die Partien wieder rausnehmen, die Lightroom automatisch weich gezeichnet hat. Und das sind hier bei mir die Haare, die Augen und der Mund. So, hier kann man auch noch viel, viel genauer arbeiten, aber in dem Video möchte ich euch nur mal zeigen, wie es funktioniert. Im Detail verlieren könnt ihr euch auch zu Hause selber. So, dann nehme ich hier mal die Weichzeichnung raus. Hier muss ich wieder reingehen, weil hier habe ich mich ein bisschen vermalt. Ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer. Gut. Das sieht gut aus. Bleiben wir gleich mal bei den Augen. Hier gehe ich wieder auf Löschen. Das heißt, die Augenpartie möchte ich auch knackscharf haben. Da soll kein Weichzeichnungsfilter drauf oder der Pinsel hat da nichts zu suchen. Genau. Sage mal. So. Dann habe ich hier die Augenbrauen. Die möchte ich auch nicht weich gezeichnet haben. So. Jetzt gehen wir mal raus aus dem Bild und schauen uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich vielleicht gleich an mit der Y-Taste. Da kommt man schon zu ganz guten Ergebnissen. Jetzt innerhalb von, weiß was weiß ich, fünf Minuten. Als nächstes nehme ich mir mal die Zähne vor. Könnt ihr mal sehen. Ich zoome hier auch noch ein bisschen ran. Und hier habe ich auch für meine Zähne einen Filter. Den habe ich mir einfach Face-Zähne genannt. Das ist hier ein Preset. Das könnt ihr euch anschauen. Die Temperatur steht hier auf minus 25. Die Sättigung habe ich auf minus 20 runtergezogen. Könnt ihr euch gleich mal einen Screenshot von machen. Und das so auch als Preset vielleicht einfach abspeichern. Das kann man unter aktuelle Einstellungen sichern hier irgendwie. Genau. Als aktuelle Einstellung, als neue Vorgabe speichern. Wenn ihr das macht, so habt ihr auch diesen Pinsel drauf. Und der bewegt jetzt folgendes. Das kann ich euch zeigen. Ich male jetzt mal die Zähne damit schön weiß. Sie hat schon sehr, sehr schöne Zähne. Aber man kann noch ein bisschen was rausholen. Jetzt möchte ich noch die Pupillen bearbeiten. Das heißt, den Pupillen auch etwas mehr Pop und Leuchtkraft verleihen. Dafür gehe ich auch in diesen Pinsel hinein. Zack. In die Pupille. Hier seht ihr, dass ich die Belichtung auf 0,4 hochgesetzt habe. Kontrast auf 20. Die Lichter auf 35. Und die Sättigung auf 20. Und wenn ich dieses Preset ausgewählt habe. Dann klicke ich einmal auf die Pupille. Und die wirkt schon deutlich heller und strahlt einfach noch viel, viel mehr. Bestätige ich mit Return. Zack. Als nächste Übung werde ich jetzt noch die Haare etwas mehr scheinen lassen. Da habe ich mir auch ein Preset gebastelt. Das heißt Hair Pop. So habe ich es genannt. Und ja, hier habe ich einfach den Kontrast etwas verstärkt und die Lichter einfach hochgezogen. Und die Klarheit auch auf 30 hochziehen lassen. Und hier male ich mir jetzt die Haare auch an. Mit dem Pinsel. Ich gehe vielleicht mal auf O. Dass man hier meine Pinselarbeit sehen kann. Das kann man hier auch wirklich ganz, ganz detailliert noch machen. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal mit einer etwas dickeren Pinselstärke, wie ich das mache. Und dass man das Ergebnis schon ganz, ganz gut sehen kann. Durch diese Anwendung. Zack. So, jetzt schauen wir uns nochmal den Vergleich an mit Y. Vielleicht könnt ihr es erkennen, dass die Haare viel, viel mehr strahlen als hier links im Bild. Das wäre jetzt hier die Retusche von Lena im ersten Bild. Vorher, nachher. Kann man ganz gut erkennen. Und es ist echt ein anschauliches Bild, wie ich finde. Cool, oder? Machen wir nochmal ein Bild zur Übung. Ich gehe ganz genau so vor. Also, ich suche mir das Bild hier aus. Mache erstmal eine virtuelle Kopie. Und in der kann ich jetzt rumbasteln. Setze die komplett zurück. Boom. So, als ersten Move die automatische Tonwerkkorrektur. Bam. Dann gehe ich runter. Und aktiviere hier die Profilkorrekturen. Und die chromatische Aberration entfernt. Mir ist das Bild jetzt deutlich zu hell. Jetzt fahre ich runter. Jetzt wieder ein kleines bisschen drehen. Zack. Und schauen wir jetzt mal in der Nahaufnahme das Bild an. Gut. Hier mit dem Pinsel kann ich wieder ein paar Muttermale ganz easy wegmachen. Gut. Aber ich möchte mich jetzt hier in der Arbeit auch nicht verlieren. Wollen wir es mal dabei belassen. Dann schaue ich mir wieder mit dem Weichzeichner das Gesicht an. Was man da machen kann. Ich wähle hier einen ganz großen Radius. Klicke hier einmal rein. Boom. Und jetzt schaue ich mal mit der Taste O. Oh. Jetzt hat es hier wieder die ganzen Haare mitgenommen. Die will ich nicht. Also gehe ich hier in die Löschfunktion. und mache das jetzt ganz, ganz grob. Und lösche die Weichzeichnung hier an den Haaren heraus. Gut. Dann wie vorhin auch schon gehabt. Die Lippen sollen nicht weich gezeichnet werden. Zähne ebenso nicht. Die Augen auch nicht. Hier mit dieser grünen Maskierung kann man echt ganz gut sehen, was der Weichzeichner hier anrichtet. Oh, das war jetzt vielleicht hier ein bisschen zu viel. Jetzt gehen wir mal wieder raus aus dem Bild. Drücke auf O. Jetzt sieht man schon den Vergleich. Hier vielleicht sogar mal näher. Sieht schon echt ganz gut aus. Jetzt genauso wieder bestätige ich. Gehe wieder auf Pinsel. Ich schnappe mir die Pupille, Face-Pupille, das Preset. Da muss ich ganz klein werden. Boom. Boom. Die Zähne. Wah! Wunderschön. Sehr, sehr geil. Mal schauen, ob ich bei den Haaren hier bei dem Bild auch was rausholen kann mit meinem Hairpop-Preset. Ja. Ein bisschen was geht da schon. Gut. So, Freunde, das war mein Quick-Tipp für euch, wenn ihr selber eure Porträts zu Hause am Rechner in Lightroom bearbeiten wollt. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen und es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Alles Gute euch und bleibt gesund. Euer Sigi vom Ammersee. Ja. Nee. So. So.